Herzlich willkommen zu einer kleinen Wortvorstellung. Heute möchte ich euch folgendes Fahrzeug vorstellen. Und zwar handelt es sich heute um die Ural 43201012. Die gibt es einmal mit dem Design Blart, dann Blart 1 und bei der Motorausführung Blart 238, Blart Blart 2 für 6500 und Blart 3 mit 12500. Sieht relativ schön auswendig. Relativ altes Design. 888 Liter passen rein. 240 PS und 95 kmh. Ich habe diese jetzt schon gekauft. Die zeige ich euch jetzt einfach mal. Hier steht sie. Äußerlich eigentlich ein schönes Teil. So an sich. Mit Nummernschild, Ural. Ich finde auch die Reifen eigentlich ganz cool. Licht ist da. Dann starten wir einfach mal den Motor und ich zeige euch die noch ein bisschen. Motor hört sich eigentlich auch ganz cool an. Von innen sieht sie jetzt so aus. Also sehr alt. Fahren wir einfach mal ein Stück. Ich bin in der Zeit ruhig, damit ihr den Motor hört. Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 95, wobei ich eigentlich denke, dass die nicht komplett ausgelastet werden kann. Weil es halt einfach ein schwerer Laster ist. Aber wir versuchen es jetzt trotzdem mal. Ja, 83. 83 ist die Höchstgeschwindigkeit. 95 wird angegeben. Solltet ihr euch Spiele kaufen wollen, günstig, dann schaut mal vorbei beim Instant Gaming, bei meinem Partner. Und wenn ihr wollt, könnt ihr mich auch bei meinem Partner unterstützen. Der Unterstützer-Link ist in der Beschreibung. Genauso wie der Download-Link und diverse andere Links. Bei 100 Abonnenten gibt es ein Special. Da könnt ihr dann eine 25 Euro Paysafe-Karte gewinnen. Das heißt, teilt fleißig meine Videos, liked meine Videos, abonniert mich im besten Fall auch noch. Und könnt mir ja auch gerne einen Kommentar da lassen, ob es euch gefallen hat oder was ihr zu dieser Ural sagt. Das soll es dann auch erst mal von mir gewesen sein. Und ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende. Die nächsten Tage kommen auch noch ein paar andere Mod-Vorstellungen. Und ja, holt's rein.